Und da ist Nadel und Faden. Du denkst, das ist nicht gerade sehr motivierend, aber wir haben kaum eine Wahl. Sie desinfiziert auf jeden Fall. Das ist mal sehr wichtig. Es brennt immer schön. Schau, ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht die beste Person, die zu sprechen, über diese Dinge vorhin. Du warst nicht so schlecht. Danke, dass du hier bist. Oh oh. Oh. Und zurück in die Vergangenheit. Hm. Könnte ein bisschen einsam werden, ne? Nur wir zwei. Und der AJ. Widerliche Dinger. Oh, es sind auch eine ganze Menge. Ach, guckt mal. Carver. Er hat's verdient. Können wir bitte nicht weiter darüber reden? Wir sind alle Monster. Wir sind alle Monster. Mhm. Haha. Even if you're right. Yep. Let's get out of here. Never want to look at that sick fuck's body again. Here. Take a load off. I've got the little goofball. Hope he hasn't eaten too recently. He hasn't. Good. The last thing I need is to be covered in puke again. Don't puke on me, kid. You hear me? Hm. Oh, Mist. Wo kommt die denn schon wieder her? Remember what I taught you? Sweep it down. Yep. Kling. Und zack. Oh. Oh, Mist. Auf, auf, auf. Vor allem mit dem Messer in der Hand. Sehr gefährlich. Shit. Climb, I'm coming. Irgendwo eine Waffe in der Nähe. Da ist das Messer. Schnell, schnell, schnell. Whoa. Okay. Puh. Immerhin ist er schon in der, in der Grube. Oh, Mann. Ja, wir sind eine etwas zu kleine Gruppe. Komm schon. Wir können hier rauskommen. Die traurige Musik. Ich hab ja von der Besten gelernt. Und das ist, weil ich von der Besten gelernt habe. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Was? Du gehörst zur Familie. Ja. Und deine Familie. Wir sind alle Familie. Rebecca würde sich das gleiche fühlen. Danke, Climb. Komm. Geh'n, geh'n. Du willst ihn nicht mehr machen. Du willst ihn nicht mehr machen. Danke, Climb. Wir werden uns immer wieder haben. Ja. Und leider war das nicht so. Ich frag mich immer noch, warum sie sofort, warum sie sich erhängt hat. Warum das sein musste. Hey, wir sind in der nicht ganz so weit zurückliegenden Vergangenheit. Oh, Mann. Hm? Hm? Was ist jetzt los? Sofort raus da. Ich seh' ihn doch schon da hinten. Ah. Hm. Ach, auch sie gibt... Sie gibt ja auch ne... Tasche. Clementine. Ich weiß, das ist schwer. Ich bin so entschuldigt, was mit AJ passiert. Wirklich. Ich bin. Was passiert war nicht einfach für alle von uns. Geht das ihm gut? Sag mir, er ist okay. Bitte. Er ist so gut, wie er kann. Was ist nicht groß. Schau. Es ist nicht so viel, aber hier. Was ist es denn? Ach, ein bisschen was zu essen. Und AJs Zeichnung. Und nicht AJ. Das ist das Problem. Das ist alles meine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Ich würde kämpfen. So wie immer. Ich werde kämpfen. Sie haben mir keine andere Auswahl. Es ist nicht mehr Zeit für das, Clem. Ihr Fokus muss jetzt auf dich sein. Das ist alles, was du kannst. Für mich, zu bleiben, es ist immer so wichtig, zu finden Menschen, die ich zu glauben, so viel wie sie mich zu glauben haben. Das ist das die neue Frontier. Es ist eine Säge. Es macht mich nicht wert. Es hat mich auf die Worte. 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 Ihr habt mir das weggenommen. Um... Es hat mich auf die Worte. Ihr wisst das. Ihr müsst einfach finden etwas Neues. Shut the hell up! Von der ersten Mal, wir uns hier verletzten, entgegenwt von absoluten Hell. Ihr und AJ waren eine Licht in der Schmerzen. Hoffnung für ein besseres Welt. Das ist das, was du bist. Ich versuche mir, dass du das Licht nicht verlierst. Bitte. Das ist das, was dich special macht, Clem. Das ist das, was uns immer weitergeht. Okay. 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 Ich versuche es. Du bist ein schwerer Kind. Nicht verändern. Ich muss zurückkommen, bevor jemand bemerkt, dass ich weg bin. Erinnern, sich jetzt auf dich zu halten, Clem. Und wenn du ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, gibt es ein altes Flugzeug, rund 10 oder so Meilen nach hier. Prescott. So ist das passiert. Es gibt gute Leute da. Ich bin sicher, dass sie dir helfen werden. Ich freue mich, dass sie dir helfen werden, Clem. Sie scheint nicht so schlecht zu sein wie die anderen. Okay. Du wirst okay sein. Danke, Ava. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles verbunden, von Anfang bis Ende. Ja, nicht schlecht. Gut gemacht. Oh. Klar. Ach. Guten Morgen. Johan. Johan hat ihn entführt. John hat ihn entführt. Ich habe ihn nicht gesehen, bevor ich rausgekommen habe. Ich habe ihn nicht gesehen, seitdem ich ihn gesehen habe. Das Schlimmste... Er ist... Er ist nicht rausgekommen. Ich glaube, es gibt nur einen gewissen Weg, um von Joan zu entfernen zu gehen. Warum leid ihr euch, wenn David rausgekommen hat? Er verdient, was er zu ihm kommt. Wenn du das denkst, dann wirst du David nicht wissen. Ich weiß, er ist der Grund, warum ich A.J. Wenn A.J. zurückgekommen, David war derjenige, der aufsteigte. Er hat eine persönliche Verantwortung für den Kind. Du sagst das, wie es eine gute Sache ist. Ich wundere mich, dass er ein positiver Influenz war. David ist der Grund, warum das Kind ist besser geworden, als er noch nie ist. Du kannst so dumm wie du willst. Aber wie... Aber wie die Dinge ausgeliehen. Aber wie die Sache ist... David ist gut für A.J. Among andere... Clem ist A.J.'s Familie. Kein Kind ist besser, wenn du ihre Familie ausbrechenst. Vielleicht bist du recht. Vielleicht A.J. sollte sein mit Clem sein. All das ich weiß, ist, dass er besser ist, als er hier war. Kein Dank für dich oder David. Ich stand bei dem, was ich gesagt habe. Wenn David so gut gehalten hat, warum er mir sagt, dass du wo A.J. ist? Das ist das, was das ist. Was? Warum? Gib nicht auf, wir arbeiten doch gerade daran, Joan aufzuhalten. Jetzt ist die Spritze übrigens wieder leer. Oh Gott... 4 Woah...